Phytotherapie ist einerseits ein Teil der modernen evidenzbasierten Medizin und andererseits auch der Komplementärmedizin. Das heißt, dieselben Mittel können in zwei unterschiedlichen Konzeptbereichen der Medizin angewendet werden. Komplementärmedizin ist eher der Bereich in der Medizin, wo man den Menschen in mehreren Dimensionen betrachtet, häufig auch mit dem Begriff ganzheitlich zusammengefasst, während allein von der Methode her evidenzbasierte Medizin der Bereich der Medizin ist, wo es relativ einfach, wenn Geld vorhanden ist, klinische Studien durchzuführen, wo man sich zum Teil viel mehr mit isolierten Krankheitsbildern und einzelnen Symptomen beschäftigt. Wir behandeln sehr viele Patienten, die zu uns kommen mit pflanzlichen Heilmitteln, mit Phytotherapeutika, Patienten, die an Depressionen leiden zum Beispiel oder an anderen Stressfolgeerkrankungen, wie zum Beispiel Burnout oder Erschöpfungsdepressionen. Angsterkrankungen sind sehr häufig, Angsterkrankungen mit Panikattacken zum Beispiel, aber auch Patienten mit Suchterkrankungen, die einen Alkohol- oder Benzodiazepinentzug, das heißt einen Entzug von Beruhigungsmitteln machen müssen. Da kann man sehr gut unterstützend oder auch alleine nur mit pflanzlichen Heilmitteln behandeln und unsere Erfahrungen damit sind sehr positiv. Für das große Feld der psychischen Belastungszustände stehen im Bereich der pflanzlichen Arzneien Heilmitteln eine ganze Reihe von Pflanzen mit den jeweils verwendeten Pflanzenteilen zur Verfügung. Die Auswahl von Pflanzen ist sicher immer auch durch kulturelle Traditionen geprägt. Bei uns in der Schweiz und im deutschsprachigen Raum ist sicherlich die Pflanze, die ganz im Vordergrund steht, des Johanneskraut mit den unterschiedlichen Zubereitungen. Dann kommen dazu die Hopfenzapfen, der Baldriam mit der Baldriamwurzel, die Melissenblätter oder auch das Graut der Passionsblume. Die Erkrankungen sind sehr häufig und sehr verbreitet. Depressionen oder andere Stressfolgeerkrankungen wie das Burn-out-Syndrom, die Erschöpfungsdepression, betreffen bis zu 20 Prozent der Bevölkerung. Das sind sehr viele Betroffene, die dann auch glücklicherweise zunehmend Hilfe suchen und sich in ärztliche und fachtherapeutische Behandlung begeben. Wir haben heute glücklicherweise sehr viele und breite therapeutische Möglichkeiten. Die Psychiatrie hat in den vergangenen zehn Jahren sehr große Fortschritte gemacht. Wir kennen natürlich die bewährten psychotherapeutischen Behandlungsmethoden, die immer individuell für den Einzelnen passend angewendet werden in unserer Klinik. Wir kennen bewährte medikamentöse Behandlungsformen. Hierzu gehören auch die pflanzlichen Heilmittel, die Phytotherapeutika, die, wenn sie richtig eingesetzt werden, äußerst nebenwirkungsarm sind. Andere Behandlungsverfahren sind noch zum Beispiel kreativtherapeutische Verfahren, ausdruckstherapeutische Verfahren, auch physiotherapeutische Verfahren, das heißt körperliche Betätigung, sportliche Betätigung in Maßen und individuell abgestimmt oder andere komplementär medizinische Heilmethoden wie die traditionelle chinesische Medizin. Akupunktur hat sich sehr bewährt in unserer Klinik und das eben in einem Gesamtbehandlungsplan individuell auf den jeweiligen betroffenen Patienten abgestimmt, das führt zum Erfolg.